Geh los, Snubbreath Jo, wurscht nur Ich mach jetzt einfach so ein bisschen meine Hauptquests Warte mal, Alter, da ist nicht drin, ne? Ja, wir sterben eh direkt, warte Wir gehen hier, wir gehen hier Töte böse schwarze Sturmsolder Wir sterben eh direkt Steck aus, steck aus, ist wieder nach vorne Achso, Map 2 Warte kurz, okay? Ne, Map 1 wird es angezeigt Arda, hallo Wenn ich Map 2 gehe, dann ist der Auftrag weg von Grinch Jaja, aber diese ähm... Ich bin ein bisschen verspätet, aber ich komme No, 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 normalerweise nicht Das dachte ich auch, Dutzi und ich war sogar in Map 2 und da ist die Map weg Aber ihr zuckt schon? Ja, warte kurz Ja, aber wir sterben Ich weiß auch nicht warum Ich zick euch auf den Arsch Ich suche... Ich suche ein Date, das mich umbringt Quasi auf Fortnite Auf Fortnite, ne? Bei mir bringt das nix, mit dem ich zick euch den Arsch, ne? Du weißt das Ich komm immer nach 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 wenn Bock kommt, Digga. Sag mal, was? Was war das denn? Jetzt bringen die mich noch nicht mal um. Das war ironisch gemeint mit direkt sterben. Ich meine, im Sinne von gestern. Ach so. Ach so. Ja, wir sollten uns alle um... Nein. Oh, Jude, der Herrlich. Weil jemand noch ins Spiel ist. Ja, das, ja. Ja, das, ja, aber ich meinte halt so im Sinne von wir werden wahrscheinlich eh drehen, weil wir scheiße sind. Und nicht, dass wir uns sterben lassen. Ja, die warten auf uns. Ich spiel selber, fick dich. Oh, Alter, da, in der Budi. Nein, Glucko. Entschuldigung. Jetzt rutsch doch meine E-Mail-Ferror. Ich kotze ins Essen. Ich kotze doch ins Essen. Oh, weh, es ist hier kein Jassin mit einem Staubsack unterwegs. Jassin! Shigimiki? Oh! Da bist du. Geh weg! Ich will auch Slashy-Eyes. Passt dir ab. Hier, Assen. Ich hab doch... Ah, die Jude, komm mal her. Ich hab doch... Ich hab doch... Das ist ein Gegner, jetzt. Hab ich... Zwei... Eine, also eins hab ich. Hast du echt wieder eine Sniper? Ja, ja. Nice. Aber das zählt nicht als Kill, diese Knockouts, Digga. Ne, das nicht. Leider. So Huhn, Digga. Ey, Jude, nimm da, komm mal her. Komm her, herz mich. Jude, hinter dir! Hier oben! Hab ich. Jude, was machst du, kleine Popo? Komm mal hin. Nimm das hier. Wo bist du? Hinter dir. Hier, hi. Nimm das, nimm das hier. Das Medikit hier. Wo ich stehe. Das nimmst du. Halt dich erst mal voll. Oh, man verliert, danke. Dann nimmst du jetzt das. Ich trinkt, genau. Dann trinkst du das. Nein! Ja, ich trinkst, ich habe mich verdrückt. Das war eine Bodengranate. Ja, komm. Nein! Jude, das ist gescheuert. Was haben die mit Tare gemacht? Doch, das ist geschnitten. Die Kanten sind geschnitten. Nein! Nein! Warum schreckst du mich an? Sie kennen bleiben. Ich will was, ich will was. Ich will was, ich will was nicht. Was? Willst du mich schlagen, oder was? Ein Ding, du liegst. Warte, Judith. Nee. Sie wirft zwei Granaten. Ist full wirft. Digger. Hier, Judith, nimm die zwei. Jetzt trinkt sie beide. Und guck, auch dass du sie trinkst. Und nicht, dass du wieder eine Granate wirfst. Die sind nicht geschnitten. Ja, ich glaube, das ist einfach nur platt gedrückt. Ich habe dich verhalten. Man sieht das doch, Digger. Warum fragst du mich überhaupt? Hey, can you? Ich glaube, deine Augen sind seit gestern schief, Digger. Was sind das für Bots? Kennst du die Line von Danergy, Melissa? Ich gucke schief, aber gucke krumm. Genau so wie letztes, wegen Monitor. Deine Augen sind einfach krumm. Komm, bitte. Ein Meter, was ist da? Was ist die Markierung? Miau. Das war meine, Entschuldigung. Schau mal, äh, Dutzi. Wenn ich jetzt nämlich hier wieder klicke auf meinen Auftrag, ne? Dann soll ich Map 1 zurück. Okay, aber diese Monster, die sind eigentlich auch Map 2. Ja, eigentlich schon, ne? Ja, was ist hier? Was ist hier? Anscheinend ein Fehler. Ja, keine Ahnung. Böser, schwarzer Sturmsoldatikus. Ich hol dich gleich ab, ja? Ja, das ist jeder von dem. Melissa, du musst mir zeigen gehen. Du musst mir zeigen, ja. Ich weiß nicht, wo ich überhaupt alles hin passiere. Das ist mal so D-Like, ne? Ja, genau. Ja, ja, ist komplett D-Like. Aber es macht Spaß. Also du kannst, äh, schau mal, du hast, äh, wenn du N drückst, ne? Kannst du deine Quest annehmen? Bist du live? Da bekommst du, ja, da bekommst du, äh, Waffen. Ach so, haftenige Helden. Genau, und immer im 10er Schritt wird die Waffe besser. Den VMS kann ich dir dann geben. Da hab ich noch welche. Und eigentlich mach jetzt erst mal Map 1 einfach bis Level, keine Ahnung, 20 oder so. Ja, okay. Okay. Kommen wir beide? Böser, schwarzer. Ah, cool, der mich bekommt sogar das Anfangs-Equipment. Ja, genau, du kriegst auch Rosi, hä? Bist du, bist du rosa oder bist du blau? Lelandskostüm, ah, Alter. Ich bin blau. Alter. Ah, interessant. Make me swell, make me harder, make me lose my breath, make me water. Steck ihn rein. Steck ihn raus. Es kommt raus. Es kommt raus. Ich kann das doch alles nicht mehr. Wo ist denn, böser, schwarzer, Sturmsoldat? Böser, Sturmschützer. Böser, Sturmschützer. Steen rauf. Böser, schwarzer. Wo bist du, böser, Sturmsoldat? Ähm, nicht. Nein, zwei, drei. Ich kümmere mich damit aber nur im Blau. Oha, wo bist du? Das ist doch alles, wenn du da irgendwo hin musst, gepinkt. Ja, normalerweise. Aber man hat ja gesehen, dass es nicht funktioniert. Wo bist du? Ja, wie das aber ist ja egal, ist er mit zwei. Ich bin schon fancy fields. Fancy fields. Hier sind Gegner. Ey, ich bin nicht. Ich bin den schwarzen, bösen, bösen, schwarzen Sturm von meinem Leben. Weil es nur Pergum. In meinem Leben. Hier hast du den Gegner. Du bist komm. Ja. Er kommt. Ich versuch schon mal was. Wenn ich sterbe, ist es nicht schlimm. Der Boss ist im Tunnel. ich finde ich wollte ich einmal mal mit 2 kommen ja wenn du das möchte ist wie stehen da diesen konzenten und davon soll ich 20 stück töten will er mich verarschen aber es sind ja auch immer ein stück glaube ich auch auf einmal da ich muss 20 stück stück ja genau das war ja auch die war aber das sind alles bogenschützen ich brauche böser schwarzer sturm soldat ja ja so ja so laut ich gehe das haben ich bin jetzt ganz links und ich bin unten nach links und dann gehe ich mal oben rum also der sturm jubel jubel habe ich hier schwarzen soldat ich brauche einen bösen schwarzen sturm soldaten bei gold die gibt es hier nicht ich habe ihn alle hier danke jacin böser schwarzen sturm soldat ich habe schon wieder 15 kills was hast du hier gemacht ich weiß nicht bruder ich habe die alle die haben mir nicht 1 hp abgezogen ich schlur auf meine mutter ich bin geflogen ich habe 10 kills bruder ei 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 wie peinlich ich gehe rüber die haben sniper-modi gehabt aber die haben keine sniper abu zone wieder zurück wieder zurück wieder zurück wieder zurück wieder zurück ah fuck hallo böser sturm wo waren die haben alle so komischen namen juli wo bist du ich bin geradeaus aber ich glaube ich habe schon welche gegner sind die müssten ich bin klein und hässlich hast du ein paar ja aber scheiße eigentlich bin ich ja jungfrauen von sternzeit so eine andere erde und feuer ich brauche töte böse schwarzer sturm soldat hier also die habe ich jetzt hier aber auch und ich soll ins gebiet jongern aber das ist mit 1 mal da gucken wenn es da ist aber das ist ja wenn ihr links geht ich sag doch das sind wenige doch ich habe den auftrag wir reingeht mit zwei direkt links und dann müsst ihr wieder suchen ich habe schon mal die schwarzen soldaten gefunden die hatte ich auch gefunden das sind diese komischen kleinen dinge da mit dem hackebein oder was auch immer das ist ja danke für dein folge holen 13 kills let's go 100 120 ein bisschen was geben ein bisschen ich habe nur 154 was was war das denn was hast du gesagt ich nehme auf danke für deine bits du zieh ich meine menschen die danke haben wir radio ich habe hier zwei stück gefunden also direkt in der mitte der insel aber hat auch noch auf der mittleren insel okay verstehe so muss ich in die stadt reingehren unten raus sozusagen genau und dann wirst du mich wahrscheinlich sehen hey jason kannst du uns gerade muven uns drei damit wir damit ich die stadt höre weil es sehen nur zehn leute wegen steps verlieren ich kann nicht muss ich hasse dieses discord nein alles gut fahrne vorbei festhalten Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Zu gefährlich! Hier gehen wir zu Fuß, Alter! Hier wurde gelootet ohne Ende Ja, natürlich wurde hier gelootet Klar Aber das hier ist halt die Zone, ne? Ja Danke für das Follow! Danke für das Follow! Ladet alles nach, bitte! Eure ganzen Waffen Hier vorne sind zwei Rifts Ja Da vorne entliertest du ein Gegner Ich glaub auf Lootleg obendrauf Ich hasse es da oben, ne? Ich geh da nicht hin Ich hasse das da oben, Wallah Wir sind... Das ist ein einzelner, soweit ich weiß Zehn Leute Da oben drauf, wohne Mitten in dieses Goldgebiet Und Zone ist schon da ganz woanders Ja, das bedeutet... Oh! Hier, Richtung, hier, diese Richtung, diese Richtung Ja, aber wir haben ja noch 30 Sekunden Zeit Bis die Tourne move Abo Abo! Abo! Ja, von da oben, ich wusste es von da oben, ja Nein, hier! Unten! Achso! Er ist ein Sniper, er ist ein Sniper! Ich fack! Mann Ey, ich hab kein Leben mehr, ne? Ich bin aus Versehen gesprungen Ich bin aus Versehen gesprungen, man Scheiße! Egal, voll long Ja Die Waffen, die Waffen! Ja, guck mal Guck mal